Willkommen zu Blitz Portugiesisch, einfache Sätze für die Alltagskommunikation. Transkripts, mehr Inhalt und ein kompletter Online Portugiesisch Kurs in den Links hier unten. Na loja die Modas, im Modegeschäft. Eu queria comprar uma camiseta. Ich würde gern ein T-Shirt kaufen. Eu preciso do tamanho M und da cor azul. Ich brauche die Größe M und die Farbe blau. Quanto custa? Was kostet das? Posso provar? Kann ich anprobieren? Posso trocar? Kann ich umtauschen? Eu preciso da nota fiscal. Ich brauche den Kassenbon.